Moin moin, willkommen hier zurück zu DayZ. Ich bin auf dem Weg, bzw. ich bin schon in der Nähe, oder soweit schon da, bei Gorka. Nägel, wir brauchen Nägel, wir brauchen Nägel, wir brauchen noch einen Code-Lock, wir brauchen, ähm, was brauchen wir denn noch? Eigentlich brauchen wir ja alles, ne? So, hier ist zu, das ist schon mal gut, ne Kombizange nehme ich auch gerne mit, aber die ist schon wieder verpackt, oder? Ich konnte die gerade eben nicht so aufnehmen, was haben wir denn da? Schleifstein? Ja, nehmt mal mit, verkaufen. Was? Info Basebaubeschränkung, Bauteile wurde aufgehoben, was? Basebaubeschränkung, das wurde aufgehoben. Was auch immer die damit meinen. Hier ändert sich ja fast, äh, stündlich was. Magazin. Nägel, 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 wir brauchen, die essen vor allem, genau essen, die brauchen nämlich erstmal was zu essen. Da sind Schuhe, das ist sehr abgenutzt, das ist sehr gut. Gib mir mal das Stiefel her, gib mir mal das Stiefel her. Oh, ich denke mal hier ist einer, ne? Ich hab eigentlich schon so weit laut, so weit. Diese Richtung ist ein Hühnchen. Das ist schon mal gut, wegen Essen, ne? Ja, Motor, ey, nimm mal mit. Noch haben wir Platz, nimm mal erstmal alles mit. Da vorne links im Gebäude muss ich auch noch rein. Beil, sehr gut. Findet man eigentlich schon relativ oft, muss ich ja mal so sagen. Das war sehr schlau. Vorne haben wir einen Pilz. Was haben wir hier denn? Ach, hier haben wir wieder Table. Table, das ist so ein Bauteil wieder, ne? Oh, das ist viel zu groß. Das ist viel zu groß. Kann man den essen da? Was ist denn mit hier? Champignon kann man immer essen. Champignon ist gut. Vielleicht die Kapitel ist ein wenig Gefahr, aber trotzdem ersättigt. Erstmal den Champignon, komm. Natürlich immer die Waffeln in der Hand nehmen. Immer zeigen, dass man freundlich ist. Was habe ich gesagt? Beil droppt ziemlich oft. Guck mal hier, noch ein Beil. In der kurzen Zeit schon zwei Beile gefunden. Wäre das jetzt eine Säge, wäre es noch besser. Da geht es nicht raus. Einmal lerne ich es auch noch, dass es da nicht raus geht. Ich weiß gar nicht, ob da oben was droppt. Kann man da überhaupt hoch? Aber es ist natürlich auch ein Risiko, ne? Erschossen zu werden. Na, Zombie? Wanderhose brauchen wir nicht. Rock brauchen wir nicht. Wir müssen immer gucken, ob da was drin ist, wegen... Wegen Essen. Den Zombie werde ich auch machen, wenn er kommt, weil Essen und so. Ja, 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 hier, komm mal ran. Nix für Essen hier. Helm? Helm? Nee, brauchen wir nicht. Können wir verkaufen, wir nehmen nur Platz weg. Hier, Ambus hätte ich gerne. Wir würden, würde ich gerne mitnehmen hier. Ist ja nur irgendwas in der Nähe, ne? Taschenlampe. Ja, warum nicht? Hier war ich schon. Oh, Muition. 83 ACP-Muition, naja. Verkaufen. Oh, Strickmütze. Ja, wenn's kalt ist, ne? Eigentlich. Wo man nachher gar nix hat, ne? Auto reingucken ist auch mal wichtig. Die Mütze wollte ich gar nicht mitnehmen. Brauch was zu essen. So, gib mal nochmal ne Säge her, komm. Ich kann nicht wissen, wie viele Sachen ich schon übersehen hab. Aber das passiert. So, hier sind nur Abelbäume. Abelbäume, Abelbäume. Apfelbäume. Ich glaub, das ist verfault. Ich nehm erstmal trotzdem alles mit. Und so, ich nehm Hühnchen gleich mal gucken. Police, war ja klar. Alles voll Zombies. Der Wind ist auch wieder so laut. Ach ja, man muss ja auch die Leute hören, ne? Da pfeift aber auch nicht um die Ohren hier, der Wind, du. Hier ist doch noch ne Tür. Was haben wir denn hier? Kurze Wanderhose, auch nix. Was haben wir denn da oben? Gürtel! Gürtel hatten wir noch nicht, ne? Gürtel hatten wir noch nicht. Nice. Oh, später mal an den Rucksack, ne? Da fällt ja überhaupt nicht auf, der Rucksack hier. Äh, da kamen wir mit der Hose, ne? Das ist, glaub ich, sowieso nix mehr. Links höre ich das Hühnchen. Das ist ja nur noch mal hoch. Ne Schaufel, sehr gut. Vergiss auch immer so zu gucken. Man kann auch so gucken und ranzoomen, ne? Zum Beispiel. Also es geht, Mausrad einmal in der Mitte drücken. Kann man so ranzoomen. Da ist ein Zombie. Hier ist auch ein Zombie. So, da in der Werkstatt waren wir doch gerade, ne? Ich meinte, ja, da waren wir. Seil. Sehr schön. Schuppen, schuppen, schuppen. Okay, ist alles voller Zombies da drüben. Das dritte Beil, das ist doch nicht normal. Das ist doch Erdbeermarmelade. Wunderbare Erdbeermarmelade. Da draußen ist das Hühnchen. Da draußen ist doch noch ein Zombie. So, steckt mal die Waffe ein. Gönnt dir mal die Mütze. Genau, die Marmelade bitte. Sind wir noch gut in der Zeit? Ja, wir sind noch gut in der Zeit. Dann können wir noch ein bisschen looten. Okay, 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 okay. Haben wir auch ein Brunnen hier? Ja, bei der Police da direkt in die City rein. Wie viel Platz habe ich überhaupt nicht? Die ganzen Beile, die könnte ich... Na ja, kann man ja auch die Spieler verkaufen, ne? Guck mal, hier habe ich auch noch ein bisschen Platz. Oh, hallo, Zombie. Klar, die trifft mich natürlich wieder zuerst. Das war ja klar. So, in diese Richtung müssen wir, glaube ich, machen wir den... Drücken mal K hier. Noch eine Kombizange. Kopflampe. Na ja, vielleicht verkaufen. Na, die gute Messie hat noch hier, oder? Zehn Jahre später. Aber sie kommt. Aua. Jutbeutel. Mütze. Oh, noch mal ein paar Schuhe hier. Sind noch besser als wie die Stiefel. Habt das Munition auf dem Herd, oder? Nein, dachte ich. Sie sah gerade so aus. Hier geht es wieder raus. Hallo, junge Dame. Kommen Sie mal hier ran. Oh, nehme ich auch gerne mit. Stromgenerator. Nägel brauchen wir vor allem. Nägel. Nägel, Nägel, Nägel. Machen wir da hinten im Schuppen schon drin? Die Frage ist, gibt es hier oben was? Ich möchte unbedingt eigentlich nicht nach oben. Irgendwie vielleicht abgeschossen zu werden, oder so. Oder irgendwie so runterzufallen. Das darfst du auch keinem Menschen zeigen. Ich glaube, wir gehen da lieber nicht hoch. So, was haben wir, oder was ist das? Ach, das ist so ein Gedöns-Kram. Nein, nein, das mal lieber. Keine Waffe. Munition drin, siehst du? Die Capri-Hose, oder? Deswegen muss man immer reingucken, auch in die Klamotten. Das könnte was drin sein. Beispiel eine Munition jetzt. Ja, ich komme. Hat er da wieder festgehangen, wa? Unser Spezial-Zombie hier. Zombie-Huhn. So ist natürlich nicht so viel, aber, ne? Besser als gar nichts, ne? Was Essen so angeht. Ich habe gerade fliegen gehört. Ne, set. So, lasst hier bitte eine Mosin oder irgendwas drin sein. Nein, das ist keine Mosin. Was haben wir denn hier? Aber in der Hose. Oh, gibt es denn ein paar neue Äpfel? Nein. Ah, Strickmütze brauchen wir auch nicht. Was liegt da? Da habe ich ja fast gar nicht gesehen. Wie viel ist das gewesen? 31. Überhaupt nicht. Leder-Nee-Set, ja. Nimm mal mit. Ich glaube, zu Police gehe ich auch später. Ich werde gleich erstmal zurück zur Basis, sonst laufe. Eine Fishing? Ja, wir gehen angeln. Wir haben zu Hause noch einen Regenwurm. Knochen haben wir auch. Wir können uns da einen Haken herstellen. Oh, schön mal angeln gehen. Aber entspannt angeln auf dem PvP-Server. Das wird eher kein entspanntes Angeln. Ein Kühler? Ja, warum nicht? Kann ich den mitnehmen? Bin voll, ne? Dann brauche ich auch nicht. Das ist ein Zombie. Police sind Zombies. Sieht auch ruhig aus. Oh, was ist das denn? Ein Lauch. Ein Lauch. Ach, der Gettys Lauch. Beschädigt. Nehmen wir mal mit hier den Gettys Lauch. Der alte Getti, der Lauch. Das ist Beil Nummer 4, Leute, ne? Das ist nicht normal, oder? Was zu essen wäre nicht schlecht. Willst du hier mehr zu essen? Ich muss da reingucken. So. Bumi hat nichts bei. War ich hier schon drin? Oh, Generator. Nägel bräuchte ich. Nee, Kalken kannst du behalten, ne? Hier muss doch noch ein Raum sein. Okay, was haben wir da? Nehmen wir mal mit. Magazin war das, ne? Ja. Wieder ein bisschen Kohle. Die gute Waffe, ne? CR 527. Sicherlich eine gute Waffe. Stacheldraht. Auch nicht schlecht. So, da ist ein Zombie. Und da ich so gut wie voll bin, würde ich sagen. Ich laufe gleich mal zurück. Zwar keine Nägel gefunden. Aber wir bringen den Loot erstmal weg. Gucken hier nochmal nach. Hochsitz zum Beispiel. Auch kein Rucksack, ne? Irgendwie gefunden. Ach, so ein Wärmeson. Das ist auch nicht schlecht, das Wärmeding, finde ich. Nacht zum Beispiel hier. Wenn es kalt wird. Sammel das schnell auf. Komm. Dann wieder runter her. Oh, von der Zeit her passt das ja. Von der Loot drun. Äh, Baum. Ich muss auf jeden Fall nochmal los Nägel suchen. Und dann nochmal zur Police. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Dann werde ich auch wieder ein bisschen vorlaufen. Aber ich hätte auch gerne lieber die Aufnahme laufen. Es hätte ja auch was passieren können, ne? Ich hätte ja unter Beschuss kommen können, ne? War jetzt zwar nicht der Fall. Aber passieren kann ja immer was. Und das Looten, das ist ja auch, das gehört zu DayZ dazu, ne? Was anderes macht man eigentlich gar nicht. Looten, rumlaufen. Ab und zu vielleicht, ne? Sich mal erschießen. Dann wieder aufstehen und wieder looten. Das ist halt DayZ. So, ich werde ein bisschen sortieren. Und, oh Gott, ich muss echt ein bisschen sortieren. Und mal gucken. Vielleicht laufe ich auch schon mal eine Runde zum... Also nach Trader City. Die Beile, mit die Beile. Ich kann bald einen Laden aufmachen hier mit die Beile. Wenn das so weitergeht. Jo, auf jeden Fall schon mal danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, DayZ. Bis dann. Tschüss.